So, jetzt wollen wir schauen, ob wir hier über die Triffbrücke kommen. Es sieht heiss aus. Mächtig viel Wasser, das hier abläuft. Wackelt es fast nicht, es ist also keine richtige Wackelbrücke. Auf der Seite hinten, mehr Mächtig viel Spass draus. Wäre noch nicht viel. Jetzt können wir auf der Gletschung einfahren. Ich würde es da drauf machen. Abfängst du, wie du es nicht möchtest. Jetzt kann es mächtig anfangen zu wackeln. Ich denke, das ist vielleicht. Ich denke, das ist ein Riss. Fertig ist ein Riss. Hier oben in der Palette ist noch mal noch reingemacht, zu verstanden. Müssen wir dann noch schauen, wenn der versägt worden ist. Mächtig hoch! 100 Meter Höhe, 110 Meter Länge, glaube ich. Interessante Bestrebung. Interessante Bestrebung. Die Flieger aus dem Achillanschang. Dann schauen wir mal, ob wir da links und rechts vergehen können. Das ist der Gros-Trend. Siehst du doch noch ein Kleber? Nein, nein. Es wird alles aufgenommen. Aha! Ja, genau! Das ist der Geistbrüchte. Das ist ein Bautschaft. Und Wattlet tut's ganz fest. Einfotter Grafkorn. So, sehen wir da, oder? Nein. Noch Probe war ein Halter. Bis zum nächsten Mal.